Okay, es geht weiter! Ich gehe mal hoch, hoch, hoch! Hm, okay... Erreiche mehr Punkte als das gegnerische Teamstandort? Johoho, ich habe nichts zu fürchten! Ich bin Whitebeard! Hohoho, zurück, Kleinvieh! Boss, wir sind bereit! Folgt mir meine geliebten Söhne, deren Mütter ich nicht mehr kenne! Der Big Maman! Yeah, du kannst mit Whitebeard kämpfen! Was kann er denn für Fähigkeiten? Voll die geilen Fähigkeiten! Guck, was er das macht! Er sieht aus, als ob der Hitlergruß machen würde! Ich kann es auch machen, bei mir sieht es atemberaubend aus! Ja, schön, dass du auf den Boden stopfen kannst, kannst auch! Soll ich mal Marco holen? Ja! Marco, mach schon was! Hat gerade... Hat ihn gerade getreten? Hast ihn jetzt eigentlich mit der Attacke getroffen, oder? Oh! Hey! Ich wollte mir eigentlich gut, oder? Ich weiß, sieht man auch! Ja, schön mit den Ellbogen in die Atmosphäre oder in die Luft schlagen! Komm! Ja, natürlich! Warte, sammeln wir mal wieder! Warte, du hast mehr Punkte, als die das gegnerische Team haben, oder? Oder was stand da? Ja! Also musst du die besiegen? Oh! Nein! Ah, das war scheiße! Warum setzt er das ein? Oh, das ist ja scheiße! Ach du Scheiße! Ja, ich dachte schon! Ich wollte mich gerade selber umbringen! Egal, du lebst gleich wieder! Ich habe schon gefunden! Ich habe schon mit dem, oder? Ich habe schon mit dem! Yo, 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 yo! K.P. Takoyaki! Futter, wie Frau Mutter! Warte, dieses... War das die dritte? Die Spezialattacke, oder hast du noch nicht... Nein, noch nicht eingesetzt! Können wir gleich mal sehen? Warte! Soll ich machen? Nee, in der Nähe ist es! Jetzt, oder? jetzt schon bereit zu drücken okay perfekt seebeben du scheiße sind weggeflogen geheim angriff getroffen perfekt super da ist also ich weiß es ich weiß nicht ich hoffe alles ja flotten hat mehrere akademie warte warte gehen wir zurück da hast du irgendwas vergessen noch links dass da jetzt machen was ist das denn man auch mal irgendwas bekommt ja aber es ist wahrscheinlich auch mit freien freundlich von sich abschließen ja so ok ok nachdem kann sehen wir last resort leute last resort kommt gleich das konzentrum machen bei dir hat schaden bei abwehr hat schaden ich weiß nicht genau ok in öl oder in euro erinnerung du denkst du kommst mal von mir vorbei wenn ich sage du bist dann solltest du gefälligst abnütteln mitte nütteln das wird mit welchen nimmeln nütteln die größte die Fassaden ja weißt du kannst er gesehen 4 Minuten zu sehen ich gebe alles vor der jahre wir haben schon versucht was alles die gibt es machen es ist ausgerüstet mit was angriffen mit drogen angriff der ruide doch sag ich erst die ruide trotzdem siehst du viel ab so sieht man was kommt denn jetzt er rostet aus der bazooka denn jetzt bist du ausgepowert hatte gerade das mit der fuß abgewehrt das kann sein guck denn da kommt jetzt ein geld ja ein goldener buddha ist silber ok ok spielen ok ich weiß nicht was du dabei gedacht hast aber golden ist das nicht das ist silber ja muss ich stimme es mir zu richtig erst mal essen jetzt jetzt ein warte gleich hast du das egal lassen wir das brauchen echt kann für im kampf jetzt lieber nicht einsetzen sonst verprügelt dadurch ich will mit zu sein und dann verprügeln deine zeit auch essen lassen gleich spiel gp er ist tot alles ich bin beeindruckt du glaubst du hast wirklich so kannst du mir gewinnen kleiner zum ersten mal abgeschlossen gegner mit geheimen eindruck ausschalten was hat er dann bekommen für was was so machen wir noch so du hast auch noch vor der halten das ist ein spezieller ja das kann ja überspringen ich bin magma ich verschlinge alles wenn du kooperierst biete ich dir meine hilfe an ok leute die letzte insel kommt las resort ok sieht aus wie ein weihnachtsbaum er reiche mehr punkte als die schwert piraten wir wissen ja welche beiden das jetzt sind nein so rund wer noch wer sind die einzelnen wer sind die schwert piraten also nur wir sind ach du scheiße nun sind wir soweit also das war eine harte reise das sind auch mir auch ok augen zu und an die vergangenen denken oh kleine augenlider oh keine augenlider hey nicht nachlassen wir sind keine weichlinge los schwert piraten das dürfte spaß machen ich gebe wow denkt jemand anderen spruch aus las wie sort gibt es nicht auf eine bei irgendeinem anime oder ähm naja ist erfunden ich gucke die haben hier unikon hier gezeigt ich hoffe so sieht unikon aus das wäre das schlimmste das schlimmste spoiler jetzt hier insel taucht einfach auf also wenn ihr in dem endboss besiegt haben wir das spiel eigentlich durch oder wie so schnell will ich das spiel auch nicht fertig haben das spielst du überraschend gut das hast du hm das spielst du überraschend gut für überraschungen ja du hast ihn gleich besiegt robin und gleich spezialtacke ganz ruhig jetzt einsetzen oh shit ach du scheiße ich hab grad Schutzschutz eingesetzt vielleicht hilft 3000 Felden hier ist jetzt ein verteidigung gebrochen ja vielleicht auch der Radar aber er ist grad unterwegs nach links aber das trifft ihn davor scheiße hey das ist so ein abtauchen und weg mit dir ja leute wir haben es geplant wir wussten das von Anfang an das war erst mit demodus ach so mehr punkte stimmt ok doch schon mehr punkte du hast ihn einmal besiegt ich will aber nochmal besiegt wartet mal drück mal mach F9 ok jetzt geht's weiter die Pistole ich glaube ich kann glaube ich wir schaffen das heute das spiel durchzubekommen ja oder ich will nein Spaß ich weiß nicht ich habe ich einen Hilfskartner mit Bargy abgeschlossen stimmt ok ich kann jetzt weiß ich aber das ist kein wichtiges Level nein auf dieser Insel ist es so dass du fast beim jedem Level mit einem bestimmten Charakter besiegen musst in der Halt bis hin er ist so die Gegner das alles mit Geld zu tun hier auf den Sistens also gibt es hier nichts besonderes oder weiß ich vielleicht kommt ja noch ich weiß es aber gerade nicht also Leute alle Level die ihn jetzt nur mit Geld zu tun hat was bis jetzt natürlich ja okay alle Level die jetzt mit Geld zu tun haben sind jetzt uninteressant für mich und muss die vielleicht nicht aber ja nein nix aber ich bin wir werden diese Level nicht so gut machen weil das bringt uns nicht wir wollen eigentlich nur die Charaktere sind die man bekommt kann bei einzelnen Level und die Geheimen sind noch kommen nach Lars wie sollt ist noch eine Insel vielleicht vielleicht schon nicht sehen wir mal ich habe so irgendwas gehört das ist mit dem Geheimnis das ist mit einem Leben damit die mit ihr mit mit Gegenständen ja es ist ein ist noch noch warte geht es darum wer die meisten punkte hat und vor allem Das ist der Roblin. So, du bist der Roblin. Das ist jetzt die Machen. Jetzt ist das Hocker. das ist nicht dummköpfe in bieb also die zeiten sie drücken glaube ich dann kommen die gleich alle wieder oder was ist los was bestimmt sein was mit leben jener mitgliedern ok hier gibt es nichts besonderes 12 minuten schon gleich weil wir haben schon zwölf minuten heftig wie deine gegner holle piraten was hat das alles mit geld zu tun also muss man den vorigen level alles irgendwie machen oder muss man den vorigen also in den davorigen level irgendwie ganzen karaktere freischalten hier beim letzten beim boss gegner wer ist der boss gegner denn du weißt es aber willst du nicht sagen ich will euch mal zeigen wie man das macht bist du bereit zu sterben wer kann der boss sein sein ich verraten nicht gold rutscher ich komme als hilfreicher den dort unter als hilfscharakter es mich verarschen ihn als hilfscharakter was kann er denn kann ich gar nicht vorstellen ich muss den kampf gewinnen oder was ist das hier hat er gar nicht gesehen den hast du besiegt und hier ist er in der wau zu sehen gleich die speziellen es noch um Entschuldigung er ist ja so ein Tannenbaum sie gehört das kann man gar nicht ernst nehmen mit namen abgeschlossen ja leute alles ist viel geld aber nichts besonderes für mich ich habe zu erleben ein bisschen gemerkt man kann es nur anrufe noch einmachen hat 170 das verstand verstand der verwende wen bliebig oft macht okay das letzte kampf in diesem part das ist jetzt part elf oder so ja part elf ist das ja ich weiß keine sorge ich bin da sei nicht so hart zu mir unheimlich also kannst du spezialangriffe sehr oft benutzen oder ich kann ich mal kurz selber testen wie das geht ok nein warte ok nein das ist einfach gleich ja es ist ein bisschen ich muss in die ecke treiben die kommen gleich alle zu dir ich kann voll gerne auch hmm so geht so geht war ja hier tanzt oder ja doch behindert im kopf die zwei mieter ich habe wahrscheinlich oder drei wenn noch das ist wie es geht warte Jim Bay ist auch gleich tot ja ich habe mich trotzdem mit also small cutting getötet hast du wer die meisten punkte hat ich weiß es noch einmal aus ja du hast rausgefunden du triffst auch bohr hancock und kiesa ruft ok habe ich doch nicht hast nicht getroffen ja er kann er mir auch gesagt sollte in die modelle ich bitte zurück und hört mal genau nach ey du hast jetzt perfekt wieder Verteidigung brechen dann verprügelte so so und bei heukkah sitzt da einfach auf dem bau hier ok nein ich wollte das andere einsetzen das dritte nein das zweite noch ein punkt was geht denn jetzt abkommt einmal spezialtag muss sein ich war schon ok da triffst keinen aber egal doch ich glaube ich bin mir vielleicht ja ihn triffst du von der ist so dumm ich schwör auf alles der ist dumm denn ich krieg ja alles plus ok 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 äh, machen wir so okay das, dann werde ich dir mal helfen ich kümmere mich um alles, was dir in die Quere kommt kickt ja, muss jetzt schon gesagt tschüss